Hallo und herzlich willkommen zu Trash Talk, Folge Nummer 1 nach dem legendären Turkey Bowl. Es war ein absoluter Traum. Carsten, ihr Hamburger seid gut zurückgekommen in Hamburg, nehme ich an. Was ist das Fazit nach dem Turkey Bowl von den Hamburg Wild Tigers und von Carsten Spengemann? Großartig organisierter Event, der den Generalprobencharakter perfekt überstanden hat. Nächstes Mal wird es groß, größer und noch größer. Nächstes Mal wird es Publikum geben. Denn so wie das da funktioniert hat, ist es eine unterhaltsame Sportart. Es ist Football revolutionär, aber es ist Football und unterhaltsam. Und deswegen können wir jetzt schon hier an dieser Stelle versprechen, Turkey Bowl Nummer 2, wir kommen wieder. Keine Frage. Ja, das ist allerdings richtig. Toni, was ist dein Fazit? Und tun dir die Hamburg ein bisschen leid, weil du hast sie als Teamchef doch... Wobei, dein Team war ja dann eigentlich sogar hinten kurz mal gegen Carsten, muss man auch sagen. Es ist ja nicht mein, sondern unser Team, aber okay, gut, dann ist es meines. Es war dein Team, du hast es zusammengestellt. Ich glaube fast, ja, Coach hat es dann da eh noch, also es war... Aber ich glaube fast, wir hätten aber ein bisschen so noch fairer sein sollen in der Kommunikation, dass dort halt wirklich... Das waren Zerleger, nicht nur bei uns im Team, dann auch Team Aftwee, das waren richtige Zerleger. Und deshalb natürlich hat es mir dann leid dann, wenn man zu acht kommt, einen weiten Weg, das muss man ja auch sagen, das ist eine andere Anreise als wie von uns. Das merkt man dann halt, das merkt man und das ist halt irre. Und ich glaube, die haben doppelt und dreifach gespielt, das zehrt. Nach einer Zeit, glaube ich, hängt sich das einfach an, weil du ja die ganze Zeit in Bewegung bist. Dieses Spielsystem verlangt das und ja, natürlich. Ja, absolut richtig. Wenn ihr übrigens jetzt noch Bock habt, euch das anzuschauen, das alles gibt es noch auf unserem YouTube-Kanal, schaut es mal rein und sagt uns, ob euch das gefällt oder nicht. Wie gesagt, Turkey Bowl, das wird weitergehen, das ist etwas, was gekommen ist, um zu bleiben. Und damit bekommen wir, oder beginnen wir auch schon mit der NFL. Denn gekommen, um zu bleiben, ist eigentlich auch Kirk Cousins bei den Atlanta Falcons. Das war die ganz, ganz große Quarterback-Neuverpflichtung in dieser Off-Season. Und dann haben die Falcons natürlich alle überrascht, als sie im Draft relativ früh, was heißt relativ früh, wahrscheinlich für viele viel zu früh, Michael Penix gedraftet haben, den jungen Quarterback von Washington. Und jeder hat sich gedacht, ist Kirk Cousins vielleicht nicht ganz fit. Dann hat er das Jahr begonnen, war irgendwie so stehend, ja, einfach in der Pocket, kann man sagen. Wie so, weiß ich, wie so ein Handtuch, das fallen gelassen worden ist von irgendeinem Spieler dort. Und hat sich dann aber ein bisschen eingegroovt. Aber jetzt steckt ja Vollends in der Krise. Die Atlanta Falcons in der Offense, da geht gar nichts mehr. Kirk Cousins, ob man das glaubt oder nicht, ist seit drei Wochen ohne Passing-Touchdown. Spielt wirklich, wirklich schlecht. Es schaut auch nicht mehr wirklich rund aus. Er schaut wieder verletzt aus. Und die meisten Leute fragen sich schon, ob Michael Penix nicht starten sollte. Aber Carsten, zuerst einmal möchte ich nur wissen. Sehen wir heute diesen Pick der Atlanta Falcons schon mal ein bisschen anders? Weil man muss ehrlich sagen, auch wenn sich der jetzt fängt, der Cousins, mehr als noch ein Jahr oder so, wird der wahrscheinlich nicht mehr aushalten, oder? Ich habe damals beim Pick gesagt, er macht durchweg Sinn. Denn es ist so ein bisschen eine Spiegelung der damaligen Chief-Situation. Du hast Alex Smith, der hatte auch schon seine zwölf Jahre auf dem Buckel. Das sehen wir jetzt bei Kirk Cousins. Das ist eine Kollisionssportart, das hinterlässt Spuren. Du hast jemanden in Petto, den du langsam, aber wirklich fürsorglich, Schritt für Schritt ausbilden kannst. Kirk Cousins jetzt 3.052 yards. Das ist ja alles okay. Aber das Quarterback-Rating von 54,6 ist echt nicht gut. Und jetzt hast du jemanden, der jede Woche lernt ohne Druck. Und wenn die Stunde von Michael Penix Jr. schlägt, dann wird er sie wahrscheinlich nutzen und wird kommen, um zu bleiben, wie du es gerade so schön gesagt hast, im Vergleich zum Turkey Bowl. Es würde vielleicht durchweg Sinn machen. Denn mit den Waffen kein Passing-Touchdown in drei Wochen, das ist einfach zu wenig. Stoney, was war denn jetzt eigentlich dümmer? Der Pick von Michael Penix oder dass man überhaupt Kirk Cousins geholt hat? Weil da ist halt die Frage, du kannst halt schon einen Bridge-Quarterback nehmen, glaube ich, wenn du einen jungen Quarterback im Draft siehst, den du liebst. Aber Kirk Cousins dann 100 Millionen, also drüber zu schütten, war das dann nicht so oder so irgendwie jetzt schon ein Fehler im Nachhinein? Aber das haben wir ja schon damals gesagt, wie er seinen Vertrag verlängert hat. Das war ja schon so zu Commanders-Zeiten so, dass wir immer gesagt haben, der Agent von Kirk Cousins ist ein Zauberer, ist ein wirklicher Zauberer und er hat ihnen wieder die Kohle aus der Tasche gezogen. Wenn er ihnen natürlich im Vorhinein gesagt hat, dass er genau an einem Tag gut ist und das ist am Matt Ryan-Gedenktag, glaube ich, hätten sie ihn wahrscheinlich gar nicht geholt. Aber jetzt sitzt du da in dem Boot. Es war ja immer so angedacht, dass er eben, ja, die zwei Jahre soll er zerlegen. Er war vor der Verletzung gut unterwegs. Aber das ist halt auch, 20-Jähriger mit dieser Verletzung kommt anders zurück als eben ein 122-Jähriger. Und so schaut er zurzeit eben aus. Und ich glaube, er ist auch unterwegs zu seiner schlechtesten Saison seit sieben, acht Jahren. Und ich weiß noch, Lark, damals hast du auch bei dem Pick von den Felgen gesagt, das macht durchaus Sinn. Ich weiß es noch. Und alle haben geachtet. Ich habe genauso geachtet und gesagt, das ist komplett idiotisch. Aber ich glaube, du könntest jetzt auch schon langsam in den Stecker ziehen. Ich sage das die ganze Zeit. Und man muss sich irgendwann einmal eingestehen, dass man Fehler gemacht hat. Und das war halt ein Missinvestment. Und umso schneller der am Feld steht, umso besser kann die Zukunft oder umso besser kann er performen. Ich sage es, wie es ist. Das ist nichts, was dort abgeht. Und wir haben gehofft, dass Kirk dort hingeht und alle rettet. Aber das ist komplett irgendetwas. Ja, ich sehe das auch so wie du. Carsten, meine Frage ist jetzt aber auch, jetzt haben wir diese zwei älteren Quarterbacks wieder gesehen, die ihr Team gewechselt haben. Cousins auf der einen Seite, Rodgers auf der anderen Seite. Die Jahre davor haben wir auch Leute gesehen, wie Matt Ryan, der nochmal versucht hat, Fuß zu fassen in Indianapolis. Glaubst du, ist die NFL langsam geheilt von diesem, der hat's noch drauf-Syndrom? Weil ich sage immer, seit Tom Brady glauben alle, dass sie bis in die 42 spielen können. Aber jetzt langsam, glaube ich, müssen sich die Teams auch bewusst werden, die haben halt alle auch ein ganz normales, menschliches Ablaufdatum, wie alle anderen Profisportler auch. Und wir dürfen die einfach in diesem Alter nicht mehr mit Kohle bewerfen. Glaubst du, dass diese Saison da vielleicht etwas ändern wird? Es ist, glaube ich, so ein kleiner Weckruf. Deswegen machte der Move im Draft ja auch Sinn. Das Tom Brady-Experiment hat funktioniert. Tom Brady ist aber auch ein Ausnahmeathlet, der seinen Körper hegt und pflegt und ölt und salbt und was der da alles reinschmeißt. So, an gesunden Produkten. Also ich meine, Bier kennt ja, glaube ich, nur vom Hörensagen bis jetzt, bis er dann endlich mal in Tampa Bay einen über den Durst getrunken hat und die Trophäe fast in den Pool geworben hat, in den Teich geworben hat. Der Punkt ist der, wenn wir uns angucken, wer alles noch funktioniert hat. Brad Favre hat noch funktioniert. Aber es gibt halt immer nur einen, der funktioniert und einige, die so lala funktionieren. Da muss man dann ganz ehrlich sein und sagen, okay, wann fängt es an und wann hört es auf? Wann ist der Peak vorbei und wann geht es so leicht nach unten? Und im Falle von Rogers sehen wir jetzt, es funktioniert einfach nicht. Und im Falle von Kirk Cousins haben wir gesagt am Anfang, boah, das funktioniert gut. Und jetzt ist irgendwie der Wurm drin. Stoney hat es ganz treffend formuliert. Es ist so ein bisschen wie so ein 122-jähriger Eremit, der da alleine in der Pocket steht. Einziges Problem ist, von rechts kommt einer, von links kommt einer und einer kommt durch die Mitte. Wenn du da nicht mehr mobil bist, gut Nacht, Marie. Und ich glaube, dass ein Aufwecken langsam erfolgt, weil die NFL ist Copy-Paste. Und wenn es irgendwo nicht funktioniert, dann wird der Nächste nicht mehr den Mut haben, diesen Move zu machen. Aber das ist ja das, glaube ich, was jeder irgendwie unterschätzt oder so nie erwähnt. Tom Brady und die Offensive Line bei den Tampa Bay Buccaneers ist another kind of animal zu den Jets jetzt und zu den Falcons. Ich glaube, Kirk Cousins auch eher gehört zu den meistgesagtesten Quarterbacks dort. Und das ist, der Vergleich hinkt. Der Vergleich hinkt. Weil sie, ich glaube ganz ehrlich, sie kommen gar nicht in die Position, dass sie so performen könnten. Weil sie die ganze Zeit nur unterwegs sind auf, wo, was, wie, wann. Und sie sind das halt gewohnt, dass er halt so ein bisschen, ja, ein Rhythmus hat. Vikings und auch die Packers, ja, da hat man eben die Chance. Da hast du vielleicht diese Zehntelsekunden mehr und dann kannst du dich auf das konzentrieren. Eine Woche lang, was wichtig ist für Wochenende und nicht, wer bricht man heute wieder irgendwo Schienen und Wadenbein oder keine Ahnung. Und ich glaube fast, das ist der Unterschied. Und warum das so im Vorfeld, müssen sie ja ehrlich zu sich selber sein, dass das keine Situation ist oder kein Environment, was ich haben will. Weil da kann ich nicht performen, weil das irre ist. Das kann ich nicht. Und du hast es gerade ganz, du hast es ganz treffend gesagt, die O-Line ist halt die Situation. Wir alle kennen den berühmten Satz, du hast gerade Schienen und Wadenbein gesagt, deswegen passt der Vergleich jetzt. Wir alle kennen den berühmten Satz von Sandra Bullock aus die Blindside. Erst kaufst du das Haus und das zweite, was du dann bezahlst, ist die Versicherung für das Haus. Und das haben die Tampa Bay Buccaneers gemacht. Die haben sich ein schönes Haus dahingestellt in Form von Tom Brady und haben gesagt, so und jetzt fünfmal Versicherung plus noch eine Zusatzversicherung und noch eine Zusatzversicherung. Das haben sie bei den Falcons nicht gemacht. Das haben sie aber auch bei den Jets nicht gemacht. Und wenn du einen nicht mobilen Quarterback hast, dann musst du den schützen. Wenn du da nur durchschnittliche Leute hinstellst, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber wenn du da tatsächlich die ein oder andere Schwachstelle offenbarst, dann wird die von der Defense eiskalt genutzt und dann gibt es Fubak, nämlich fürchterlich böse, ins Gesicht. Man kann allerdings argumentieren, Carsten, dass sie vielleicht eh auch eine Versicherung haben. Du, die heißt halt ein Panics in dem Sinne. Also das könnte man auch argumentieren. Bin gespannt, wie die Falcons das handeln. Durch das, dass es eine schwache Division ist, haben sie ja noch absolut gute Chancen auf den Division-Sieg. Und nicht umsonst bunkern wir alle die Atlanta-Fackets-Defense für die letzten Wochen, weil die Schedule ist ein absoluter Traum. Also mit einem Playoff, mit einer Playoff-Teilnahme oder einem Division-Sieg wäre man ja sowieso bestätigt irgendwo in Atlanta, dass die Gegner schlecht sind, ist egal. Wenn das allerdings jetzt einmal bergab geht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das ganz auf Gentleman-Like regelt und einfach sagt, Kirk Cousins ist verletzt und Michael Penix kommt rein. Also ich kann mir das vorstellen, dass sie das machen. So oder so, ich glaube Fazit für mich ist, der Sinn, also sagen wir mal so, der Pick mit Penix, der hat absolut Sinn gemacht. Sinn gemacht haben auch Carstens Wetten der Woche. Wieder einmal. Dieser Carstens Spengemann. Er ist ohne Hieder. Ohne Hieder. Schon wieder richtig. Den Sieg der Bills gegen die 49ers vorher gesagt. Und die Broncos auch. Die Broncos, die reitest du, also wirklich, wie das Pferd auf dem Logo, lieber Carsten. Das Problem ist allerdings, dieses Pferdchen hat Pause die Woche. Es gibt keine Broncos die Woche. Und ich glaube, es gibt auch keine anderen Pferde-Logos in der NFL. Von dem her müssten wir schauen, wen reiten wir die Woche? Wir reiten auf jeden Fall, wir bleiben in der Division von Kirk Cousins. Wir gehen nämlich mit den Buccaneers und den Raiders. Die Raiders müssen bei den Buccaneers ran und die Buccaneers müssen gewinnen. Denn sie stehen auf Platz 2 in ihrer wirklich eher so, ich sag mal so, sportlich durchwachsenden Division. Verletzte sind wieder an Deck, um gleich bei den Piraten-Buccaneers zu bleiben und bei dem Boot zu bleiben. Fire the cannon. Also ich glaube, die Buccaneers werden ein deutliches Statement setzen. Und den wieder aufkeimenden Raiders und diesem herausragenden Tidehend aus Georgia, dem werden sie ein bisschen die Flügel stutzen. Die werden sagen, setzt euch mal in die Ecke, das ist jetzt hier Buccaneers-Zeit. Und wenn wir schon in der Division sind und wenn wir da tatsächlich weiter tippen wollen, dann wollen wir doch alle jetzt mal nach drei Wochen kein Touchdown gegen jetzt Brian Flores-Vikings-Defense einfach mal auf die Vikings setzen. Zu Hause mit dieser Defense von Brian Flores gegen einen struggelnden Kirk Cousins und vielleicht dann in Hälfte 2 Michael Pinnicks. Das wird reichen. Deswegen sagen wir hier Vikings und nicht Falcons. Stoney, glaubst du nicht an das Kirk Cousins-Revenge-Game? Ganz viele Leute glauben ja, dass er vor allem im Fantasy zum Beispiel ausbrechen wird, weil es ist ein Revenge-Game. Er fühlt sich wohl in Minnesota. Und wenn er ja drei Wochen keine gemacht hat, keinen Passkontakt hat, dann hat er sich vielleicht das Beste nur für jetzt aufgehoben. Was sagst du zu dem letzten Tipp vom Carsten? Show it. Show it, mein Freund. Ich glaube fast, also, na, niemals, niemals. Und ich sage auch so, er hat zwei Spieler gut gespielt und es war gegen die Buccaneers. Und sonst ist er schlecht. Das ist halt einfach so. Wir müssen uns das eingestehen. Und ich sage auch, wir wollten es auch. Aber ich sage, Finger weg. Finger weg von ihm in die Playoffs. Ja, die Matchups sind gut, aber die waren die ganze Zeit nicht so schlecht. Wirklich. Ich bleibe weit weg von Kirk halt. Ja, absolut. Ich glaube auch, dass es gegen die Minnesota-Vikings nicht schön wird. Wer hätte das gedacht? Am Anfang des Jahres hätte man gedacht, der kommt dorthin, wird wahrscheinlich ein tolles Team haben und sonst was. Und die Vikings werden im Arsch sein. Und siehe da, Sam Donald ist der bessere Quarterback das Jahr. Die NFL schreibt die schönsten Geschichten. Zum Beispiel auch die, der Pittsburgh Steelers. Die sind 9 und 3 und wieder mal eigentlich auf dem Weg in die Playoffs. Und das mit einer Gruppe an Rejects, die keiner haben wollte. Justin Fields flüchtete de facto aus Chicago nach Pittsburgh. Russell Wilson, den wollte auch überhaupt keiner mehr haben. Arthur Smith war die Lachnummer, nicht nur von uns Fantasy-Football-Fans. Im letzten Jahr. Und siehe da, dieses Team ist absolut auf dem Weg in die Playoffs. Wieder mal keine Losing-Season für Mike Tomlins. Heute habe ich ein Bild auf Instagram gesehen. Zum Beginn seiner Coaching-Karriere. Und jetzt, das sieht man glaube ich, gerade an diesem Bild sieht man, wie lang der Mann schon Coach ist. Und was für eine Leistung das ist. Carsten, die große Frage allerdings ist, sind die Pittsburgh Steelers auch ein Super Bowl-Contender? Oder einfach nur Kanonenfutter, das hier und da einfach mal ein Playoff-Spiel geschenkt bekommt? Dann brechen wir jetzt erstmal runter. Wer zu Mike Tomlins Amtsantritt gerade im Kreißsaal einen Klaps auf den Arsch gekriegt hat, also gerade auf die Welt gekommen ist, der darf jetzt Auto fahren und wählen. Das ist genau 18 Jahre her. So lange hat der keine Losing-Season hingelegt. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon eine Leistung. So, aber Vergangenes ist Vergangenes. Und jetzt gilt natürlich der Ist-Zustand. Und der Ist-Zustand ist, dass wir eine bestialisch gute Defense haben. Mit einer Offense, die manchmal sehr gut funktioniert. Und manchmal, ja, gerade mal so hoch springt, wie das Pferd muss. Es ist so ganz klassisch, dieses Team, was sich von Woche zu Woche steigert. Das, was man den Deutschen immer, weißt du, bei der Fußball-Europa und bei der Weltmeisterschaft sagt, ist ein Turnierteam, wenn die erstmal ins Rollen kommen. Ich glaube tatsächlich, dass sie in den Playoffs ein sehr, sehr unangenehmer Gegner sind, basierend auf diesem zweiköpfigen Quarterback-Monster. Du wechselst mal Fields ein. Das ist eine ganz andere Spielwalze als Russell Wilson. Russell Wilson, präzise Bälle in den letzten Wochen, wo du wirklich sagst, so alles klar, der Knoten ist aufgegangen. Dann noch ein bisschen Najee Harris im Laufspiel und schon kann das funktionieren. Und ganz ehrlich, die Chiefs sind jetzt nicht das Powerhouse, was sie mal waren. Die Bills sehe ich da schon ein bisschen stärker an. Aber knapp dahinter sehe ich tatsächlich die Steelers dann jetzt. Und deswegen, wenn es gut läuft und sie gute Gegner in den Playoffs erwischen, dann sind die ratzfatz im AFC-Finale. Und dann ist es nur noch ein Schritt. Tony, das habe ich mir auch gedacht. Weil ich glaube, wenn die Steelers in der NFC wären, dann wäre es deutlich schwieriger, glaube ich. Ich sehe da schon die Eagles und die Lions klar deutlich über allen anderen. Aber auch dann so Leute wie die Vikings Packers dann doch noch fast besser als viele, viele Teams in der AFC. Ist es nicht gerade wegen der schwachen AFC, dass man die Steelers definitiv als einen Superbowl-Contender ansehen muss? Das haben sie aber so an sich. Die Steelers sind so eine Franchise, du fährst nicht hin und haust sie weg. Das war noch nie so. Auch letztes Jahr waren sie ja ein richtig schwaches Team. Und trotzdem haben sie es dann irgendwie wieder möglich gemacht, dass sie eben nicht ausschauen wie komplettes Fiasko. Das ist halt einfach so. Du fährst zu den Steelers und weißt, es gibt aufs Maul. Die ganze Zeit. Wir sagen es jedes Mal. Ist eine wilde Schlägerei. Die Division-Duelle bei den Steelers jedes Mal. Und das haben sie auch letzte Woche wieder gezeigt. Ich glaube fast, dass sie von dem eher leben. Weil sie genau das, sie sind unangenehm, sie haben Top-Defense, aber das haben die Patriots auch. Du suchst sie überall in die Offensive-Stats, sind sie nicht dabei, aber sie machen genau das, was sie machen müssen. An dem Tag genau das. Und tun wir nicht zaubern, machen wir kein Verschall, machen wir kein Test. Spielen wir das runter. Dreckig. Und einfach, wenn sie den einen Play nicht stoppen können, machen wir den den ganzen Tag. Und so sind sie jetzt da langsam reingekommen. Das war ja auch wieder so ein Headstart. Auf einmal bist du irgendwie in der Division vorne dabei. Jetzt schlagst du dann alle Gegner. Du hast den Tiebreaker. Ich glaube fast, wir müssen schon rechnen, dass sie einmal fix in die Playoffs sind. Und dann sage ich aber auch ganz ehrlich, dann kommt es darauf an, wem du dort erwischst. Das ist halt einfach so. Es gibt halt schon auch in der EFC Teams, die wirklich stärker sind. Und die sie dann wahrscheinlich, wenn alles so läuft, wie es laufen soll, wahrscheinlich dann vielleicht one and done heimschicken. Aber du fährst eben trotzdem nicht hin. Und vielleicht, sie werden ja eher Auswärts spielen. Sie sind immer ein unangenehmer Gegner, ein unangenehmer Gast. Sie beugen sich nicht dem Schicksal dann auch, wenn es dann die Bills wären oder so. Deshalb immer, immer ein Contender. Nicht Superbowl, aber immer ein Contender für die Playoffs. Jedes Jahr ist einfach so. Diese Division gibt es auch her, dass das so passiert. Und ja, Superbowl, glaube ich, wäre ein bisschen zu heavy. Ich glaube fast, das geht nicht. Das wird sich nicht rausgehen. Aber genau da möchte ich schon nochmal reinspringen, Carsten, und auch zu Tomlin nochmal hingehen. Weil er würde ja auch dementsprechend auch öfters mal auf NFL-Memes und sonst was durch und gar gezogen, dass er, egal wie schlecht sie sind, immer dir sagen kann, dass er noch keine Losing Season hat. Aber was kann man sich um den Titel eigentlich kaufen? Weil irgendwie unterm Strich für die lange Zeit und keine Losing Season, muss man halt auch sagen, da waren schon hier und da mal ein paar Rebuilds dabei und sonst was. Aber man war nie Favorit in der EFC in den letzten Jahren. Man ist eigentlich relativ weit weg davon. Und viele würden sogar meinen, die Steelers sind nur so gut, weil sie halt einfach auch eine Cupcake-Schedule vor allem am Anfang des Jahres hatten. Ist dieser Rekord, den Tomlin da hat, ich weiß gar nicht, ob es ein Rekord ist, aber ich habe noch keine Losing Season gehabt. Ist das nicht irgendwie etwas, auf das Tomlin vielleicht gar nicht stolz ist? Weil ich denke mir halt irgendwie so, ich glaube, er hätte viel mehr, mehr Siege, mehr Superbowl-Ringe. Und dann vielleicht halt auch zwei, drei Losing Season mit einem besseren, jungen Quarterback zum Beispiel. Natürlich willst du eigentlich jedes Jahr am Ende der Saison einen Ring haben und du wirst im Konfetti-Ring stehen und sagen, haben wir geil gemacht. So, aber du hast es gerade gesagt, wenn wir mal überlegen, wie viele Rebuilds er schon hingelegt hat. Also der war weg, der war weg, der war weg. 2011 in den Playoffs gegen Tim Thiebaud verloren. Also da waren ja wirklich Momente dabei, wo du sagst, oh, boah, nicht so geil. Dafür dann aber tatsächlich am Ende immer positiv dazustehen. Wir als Hansi Aden würden sagen, als Geschäftsmann hat er alles richtig gemacht. Das Konto ist immer ein Plus. Was Besseres kann dir doch als Coach nicht passieren. Du hast nie reingeschissen, du hast nie Urban Meyer-mäßig eine Franchise komplett vor die Wand gefahren, sondern du hast mehrere gute Saisons gespielt. Du hast deine Fans nie entpäuscht und darum geht es doch. Die Fans zahlen die Tickets und die Fans kommen ins Stadion. Und im Endeffekt, ja, wenn du dann irgendwann tief in den Playoffs ausschaltest, warst du aber immerhin dabei. Und seien wir ganz ehrlich, es gibt viele andere Teams, die gerne dabei gewesen wären. Deswegen wird er sich jetzt nicht, ich sag mal so, morgens denken, oh, ich bin der geilste Magger und jetzt gehe ich mal allein ins Badezimmer, weil ich 18 und keine Saison verloren habe. Sondern er wird sagen, ja, aber es läuft. Und das ist das Wichtigste. Toni, du bist ja einer, der immer sagt, wie viele Ringe sind in der Schachtel, ich schüttle, etc. Was wäre besser, viele Losing Seasons und mehr Ringe oder einfach dieses, ich bin halt immer positiv? Es geht immer um die Ringe. Es geht immer um den Titel. Das ist halt einfach so. Eine gute Saison ist dann, wenn sich der Briefkopf ändert. So ist es einfach. Und bis dorthin, ja, braucht man nicht drüber reden. Und das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Für ihn persönlich, glaube ich schon. Das ist schon aus der Brust, wenn du sagst, ich habe nie eine Losing Season gehabt. Ja, aber generell, jetzt in der jüngeren Vergangenheit sind sie eher so für Junk-Jobs zuständig. Also Browns und Jaguars, wir wissen eh alle, wie sie da immer, ja, dann irgendwie, dann doch irgendwie lustig oder Slapstick-mäßig rausfliegen. Und da sage ich schon, ich glaube, da, das hat er vielleicht nicht drauf. Vielleicht ist er so einer, der on the fly, gut adapted, dass wir nicht schlecht ausschauen. Aber so wie Sie jetzt schon gesagt haben, wir warten eigentlich schon seit was, sieben Jahren oder was, dass das Team jetzt ja irgendwie mal anders oder einen Schritt vorwärts kommt. Und de facto fühlt sich das nicht so an. Also sie treten auf der Stelle und können halt dann, an any given Sunday können sie jeden schlagen, aber kontinuierlich irgendwie vorne dabei zu sein oder dass man mal sieht, da ist ein Stamm da, sieht man nicht. Ja, was beeindruckend ist, ist, dass sie einfach scheinbar jedes Jahr gute Tiefen haben. Das ist sicherlich etwas, was wirklich super ist. Die Offense, das will ihnen jetzt schon seit Jahren nicht gelingen, auch seit den letzten Ben-Rothelsberger-Jahren. Wir werden sehen, wo diese Reise hingeht. Auf jeden Fall ist es sicher, glaube ich, spannend, dass sie überhaupt in Super Bowl Contention sind, dass man überlegt, dass sie das sind. Weil ich glaube, das haben die wenigsten Steelers-Fans am Anfang des Jahres am Papier gehabt. Und vor allem Russell Wilson, der hat wahrscheinlich mehr gemacht, als wir erwartet haben und wird wahrscheinlich dort sogar noch eine Vertragsverlängerung bekommen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Stoney, willkommen zum Fantasy Corner, denn auch da geht es jetzt langsam um den Ring, um das Gewinnen, um das Ändern des Briefkopfes, wie du es jetzt vorher gerade gesagt hast. Stoney, aber wir haben sechs Teams auf Bayouac. Das glaubt man gar nicht. Sechs Teams auf Bayouac in der letzten Regular-Season-Woche im Fantasy-Football. Das ist eine Katastrophe. Und der eine oder andere muss auf Körtl & Sutton verzichten. Der eine oder andere muss auf Derrick Henry verzichten. Und der Waver ist halt auch relativ leer. Hast du zwei Running-Backs, zwei Wide-Receiver für uns, die man irgendwo noch vom Waver rausnehmen kann und dann vielleicht ins Line-Up slotten kann? Was hast du? Schwierig, gerade bei den Running-Backs so einen zu finden, weil meistens hängt dann irgendwo in irgendeinem Team ganz unten diese Namen. Aber ich sage es halt, wie es ist. Wenn sie finden würdet, Chabonnet, da könnte es wirklich gut durch den Tag kommen, weil ich glaube fast, dass die Seahawks ein gemein ein bisschen das anders angehen müssen, wie in Woche 12 gegen die Cardinals. Das hat eher erbärmlich ausgeschaut. Sie müssen halt wegen der guten Pest-Defensee sich vielleicht mehr auf den Lauf verlassen. Da kommt er, da macht er dann immer so, da rettet er den Tag immer mit ein paar Receptions. Genauso Ray Davis. Ich sage es, wie es ist, seine Rolle ist kontinuierlich gestiegen. Die Snaps sind immer dieselben. Jetzt hat er aber auch elf Attempts, war ein Blowout, alles klar. Aber wer sagt, dass die Bills nicht dieses Mal wieder vorneweg marschieren können? Dann ist er auch eher einer, der dir sechs, sieben Punkte macht. Wenn man jetzt sagt, ich weiß, da gibt es einen Namen, die du einfach so rausschießen könntest. Benson hat ein paar Attempts und so weiter. Aber ich glaube fast diese Woche geht es auch darum, wem du nicht spielst. Und ich sage, bleibt es da eher, ja, dein Skript, bei den Leuten, die irgendwann einmal aufgefallen sind. Ich sage ganz ehrlich, so Mattisons und solche Sachen, die vielleicht dropped worden sind. Why not? Aber nicht halt Uvo Gaga gehen und dann eben hinter Garendo, den Walmart-Verkäufer, den die vorhin einer Seite auf der Seite stehen haben, dann irgendwie sich da einreden. Der sieht dann auch was. Das ist, glaube ich, das ist der große Fehler. Wide receiver, easy. Ich gehe wieder mit meinem Bywick Safer. Der wird aber wahrscheinlich jetzt geohnt sein. Aber hey, wenn irgendwo Ikine Westbrook herumliegt, dann müsste ich ihn spielen. Genauso, hey, das ist der Bruder von ihm. Das schaut aus wie der Zwillingsbruder. Den Markus Robinson. Hey, keine Ahnung warum. Er hat zwei Spiele seit sechs Wochen, wo er mehr als vier Target zieht. Aber sechs Touchdowns. Genau derselbe. Der burnt auf einmal irgendwem. Und ja, du kommst über den Tag mit, ja, schöne Punkte. Ich weiß nicht, woher, warum. Ich glaube, die Target-Share von ihm ist minimal. Überhaupt mit Nakua und Karp jetzt zurück. Aber er macht es auch möglich. Er macht die Touchdowns. Muss man sich vielleicht in diese schwierigen Wochen auf das verlassen. Und mein Mann diese Woche ist wieder Brandon Cooks. Er ist zurück. Weniger Routen gerennt letzte Woche. Oh, er müsste spielen, müsste spielen. Cooper Rush ist stark. Cooper Rush ist wirklich gut. Also überraschenderweise wirklich gut. Und, Luckett, du weißt das, inferiöre, inferiöre Diffens gegen dieses Spiel. Und da geht alles. Brandon Cooks, merkt sich denn? Ja, die Bengals haben eine wirklich lustige Saison, muss man auch sagen. Also wenn du, Burrow, man könnte sagen, oder Carsten, Burrow wäre, wenn die Bengals einen besseren Record hätten, MVP-Kandidat, oder? Der spielt komplett, also komplett crazy, was der zusammen spielt. Sowas haben wir auch noch nicht erlebt, oder? Also ich kann mich nicht erinnern, in der jüngsten Vergangenheit, dass der beste Quarterback des Jahres bei einem 4-8-Team spielt. Oder wie viel, ich glaube, es sind 4-8, will ich mal. Crazy. Carsten? Ja, ich bin auch, ich lasse das nur gerade sacken, weil du hast ja völlig recht. Also Burrow dreht ja schon so durch, dass er irgendwie jetzt schon Bettmobile für 3 Millionen Dollar kauft, die er nicht mal auf der Straße fahren darf. Ich weiß nicht, wie groß sein Vorgarten ist. Dem muss so scheiße langweilig sein, weil der denkt so, ja, ich habe noch 3 Wochen oder 4 Wochen, und dann schlicht er im Schacht. Dann nehme ich die Müllfüte, räume ich ihn locker rum aus, ich muss mal jetzt schon irgendwelche Hobbys suchen. Der tut mir ehrlich gesagt leid. Die sind mit so einer Erwartungshaltung da reingestartet und überlege ich mal, du machst 40 Punkte, du kriegst trotzdem auf die Fresse. Du machst 38 Punkte, du kriegst trotzdem auf die Fresse. Wie viele Punkte soll der denn machen? 60? 39. So viel wie er braucht. Wochen wie Wochen. Der ist so. Er ist fit. Einmal ist er fit und sie sind kein Contender. Das ist so crazy. Es ist so crazy, weil ja auch Trey Hendrickson, der Passrush, hat auch Wahnsinnszahlen. Also alle diese Key-Positions, wenn man das so sagen will, liefern voll ab. Und hier geht einfach gar nichts. Aber okay. In unserem letzten Segment habe ich mir etwas Neues überlegt, und zwar ein kleines Quiz zwischen euch beiden. Und der Carsten darf zuerst antworten in dieser ersten Runde. Und zwar Carsten, ich möchte von dir wissen. Wann hat er... Oh, ich setze die Brille auf, dann kann ich schärfer. Das ist besser. Wann hat Aaron Rodgers das letzte Mal für über 300 Yards geworfen? Das ist... Wir haben jetzt 2024. Das war in der 2020er Saison. 2020er Saison... Relativ am Anfang. Ich bin mir aber nicht sicher. Stoney, was sagst du? 2021. So lange ist es noch nicht her. Es ist richtig 2021. Das Tony hat recht, muss man ehrlich sagen. Ja, aber gut, der hat auch als erster geschätzt. Wir werden das verhindern. Kann man das machen. Aber Carsten, trotzdem die Frage, ich möchte die Frage an euch beide geben, weil ich habe diese Woche und ich glaube, wie viele andere Leute, haben wir den Trailer gesehen zur neuen Aaron Rodgers Netflix-Doku, die am 17. das immer rauskommt, die Enigma heißt, ich glaube, ich glaube, er heißt Enigma und da muss man halt schon sagen, also das ist schon komplett abgespaced und abgefreakt und ihr zwei seid noch ein bisschen jünger als ich, aber ich möchte schon so fragen, Carsten, ihr seid ja ein bisschen älter, aber ich bin noch ein bisschen jünger, aber Carsten, Carsten, was ist deine Warnung für Männer, die auf die 40 zugehen, dass sie nicht auf solchen Retreats landen, wie Aaron Rodgers. Hast du einen Rat für die jungen Männer, die auf die 40 zugehen? Also, fass mal auf, wenn ihr euch irgendwelche Klangschalen auf den Oberkörper stellt, pass auf, ich will hier niemanden bloßstellen, aber wenn ihr Klangschalenkalle heißt und ihr legt euch mit nassen Lappen bedeckt irgendwo hin und da reibt jemand an der Klangschale und das führt bei euch zu einer gewissen Zufriedenheit, ist das völlig in Ordnung, das könnt ihr ja gerne machen, aber lasst die Kamera weg. Und vor allem, wenn ihr Profiathlet seid, lasst die Kamera weg. Und wenn ihr meint, ich habe jetzt auch hier ein paar Frösche, ich musste einen retten, mein Finger ist ein bisschen betäubt, ganz ehrlich, nicht dran lecken. Das wird uns schon in der Grundschule erklärt. Es werden keine Frösche aufgeblasen, es werden keine Frösche geleckt und es wird vor allem nicht irgendwie sonst was damit gemacht. Wenn du das alles auch noch mit der Kamera begleiten lässt, dann bist du so out of space, dass du sagst, alles klar, Diggi, du bist Marvin the Mason, aber du bist nicht Quarterback bei den New York Jets. Ich weiß ja nicht, wie er das verkaufen will, auch im Lockerroom. Die gucken sich das ja genauso an und die haben wahrscheinlich genauso den Trailer gesehen wie wir. Und du bist der Center der New York Jets und du weißt, der Typ fummelt dir zwischen den Po-Backen rum und du musst aufpassen, dass es dem gut geht. Da sagst du doch nur, was läuft hier schief. Ich denke mir auch, was machen diese jüngeren Spieler der Jets, die 21, 22, die sich das sagen schon. Stoni, hast du auch einen Rat für, weil du hast ja auch die 40er-Welle durchbrochen dieses Jahr. Hast du einen Rat für Männer zwischen 35 und 40, wie sie mit 40 oder 42 Unternehmen nicht Klangschalen auf dem Oberkörper haben und wir als Zeug reden? Ich weiß nicht, warum das bei allen so eine magische Ding ist. Nicht drüber nachdenken, weiterleben einfach. Rat habe ich überhaupt keinen. Jeder soll das machen, was er glaubt, was er machen muss. Aber ich sage, das ist halt die richtige Franchise, dass das nicht hinterfragt wird. Da kommt Aaron Rodgers und ist dort Messias und alle sehen, wow, wow, das ist halt einfach so. Ich glaube, da wird auch nicht viel gefragt. Denen kann er es aufs Auge drücken. Das ist komplett wurscht. Ich sage nochmal, in zehn Jahren, wenn wir diese Doku in zehn Jahren uns nochmal anschauen und in zehn Jahren nochmal diese Jets-Saison-Review passieren lassen, das wird eines der geilsten Netflix-Specials danach, die es jemals gegeben hat. Also das Netflix-Special über die Netflix-Doku und die Jets-Saison, das ist erst die richtige Jets-Doku, die ich sehen will. Also es wird, glaube ich, Wettklasse sein. Aber wenn er nicht... Brechen wir es nochmal ganz kurz runter. Wenn die Jets-Saison gut gelaufen wäre, würdest du sagen, hey, er kann ja machen, was er will. So, aber brechen wir es nochmal runter. Trainingscamp geht los und er leckt lieber an irgendwelchen Pyramiden beziehungsweise guckt, ob Kleopatra noch in der Wüste steht. So, dann buddelt er sich in irgendein Erdloch ein, weil er meint, es ist dunkel. Anstatt, dass er einfach zu Hause die Rollläden runter macht, Licht aus, fertig aus, ist es auch dunkel. Nee, so, dann kommt irgendwas mit irgendwas, ich muss irgendwas rauchen, ich muss dies, ich muss das... Das hat ja alles so ein... Du kannst das ja alles machen. Ich gönne ja jedem... Weißt du, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Du hast aber vergessen Vizepräsident für JFK. Aber in diesem ganzen Gesamtkonstrukt eines nicht funktionierenden Teams bist du doch eigentlich der, der vorne weggehen muss und vor dem ersten Trainingscamp mit den Jungs dich irgendwo im Park triffst. Denk mal an Tom Brady. Damals Corona, wir dürfen nicht im Park. Er hat sich mit Mike Evans getroffen, die haben Bälle geworfen. Gab es ordentlich Ärger. So, was macht Aaron Rodgers? Nö, ich gehe lieber nach Ägypten und ich drehe eine Netflix-Doku. Sorry. Welches Sorry-Ass-Bam außer Garrett Wilson soll er dort Bälle werfen? Jetzt kannst du dir jetzt ganz ehrlich. Das interessiert ihn doch nicht. Den Bamm, den er mitgemischt hat Naja, die anderen haben auch zwei Hände. Aber ist egal. Im Endeffekt mittlerweile hoffe ich fast schon, dass er bleibt, weil ich brauche mehr von dem Entertainment. Sony, du bist der Nächste und du sagst mir jetzt, das Quiz ist, wie viele Rushing-Uts hat Seguan Backel? Jetzt? Ja, in diesem Jahr. 1499. Carsten, was sagst du? Oh, Freunde, 1295 glaube ich. Also genauso viel wie Derrick Henry, nur drei mehr, fünf mehr. Der Stoney hat fantastisch und ideal geschummelt und es ist tatsächlich wahr, es stimmt auf die Nummer genau, 1499. Damit ist der Rekord von 2105 von Eric Dickerson aus dem Jahr 1984 zum Greifen nahe. Jetzt würden die einen oder anderen sagen, naja, da fehlt aber schon noch einiges. Das kann durchaus sein, aber ich mache mir jetzt nochmal kurz die Schedule auf von Seguan Backel und siehe da, er hat nicht nur lauter Jausengegner, wie zum Beispiel jetzt diese Woche, die Carolina Panthers, die schlechteste Rushing-Defense der Liga. Nein, er hat auch noch in den letzten zwei Wochen zwei ganz, ganz schöne Matchups und zwar zuerst gegen Dallas in Woche 17, was auch Running-Back-technisch, also Rushing-Defense-technisch eine absolute Katastrophe ist und in Woche 18 könnte er zu Hause gegen sein Ex-Team diesen Rekord brechen. Carsten, schafft er das? Schafft er das oder nicht? Es fehlen ihm de facto nur noch 600 Yards und die müsste er in fünf Spielen machen. Das ist also möglich, oder? Was sagst du? 124,2 im Schnitt. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, es wird ein Breakout-Game dabei sein, bei einem wird es hapern, es wird am Ende nicht reichen. Das würde mich sehr, sehr ärgern, denn überlegen wir mal bitte der Rekord von damals, von der schnellsten Sportbrille der Welt. Der hatte ja immer diese dicke Sportbrille mit den Gummibändern. Das waren weniger Spiele und das war noch eine viel, viel härtere Zeit. Ich würde es mir auf der anderen Seite, und da sind wir wieder bei dem Lack'schen und Spengemann'schen Humor, ich würde es mir schon alleine deswegen wünschen, dass er es schafft, damit alle im Giants Front Office richtig durchdrehen und sagen, ja, den haben wir ziehen lassen, dafür haben wir Daniel Jones bezahlt. Also, ich würde es ihnen wünschen, aber ich glaube, es wird knapp. Das überlebt, wer auch immer dort in Charge ist bei den Giants, die überleben das nicht, wenn er das gegen die macht. Stoney, was sagst du? Und vor allem die Frage ist ja, was, wenn die ja schon fix durch sind zum Beispiel vor dem Giants-Spiel und empfehlen, sagen wir mal 100, 100 Rushing als Friedling, sie sind fix in den Playoffs, sie können das Seeding nicht mehr ändern, gar nichts, normalerweise wäre ein schonend vielleicht gut. Glaubst du, die Eagles geben ihm diesen Rekord? Oder glaubst du, sie schonen ihn? Ich wollte jetzt gerade sagen, sind die Eagles nicht eh bekannt dafür, dass dann irgendeiner nicht checkt, dass es nur noch drei Yards sind oder zwei Dinge? Ich glaube, da war ja mal was mit Passing-Touchs oder so im Spiel oder keine Ahnung. Aber ich sage auch, dass es so auch, es wird schwer, es ist schon schwer. Also, dass du jedes Mal eben so drüber rennst, sicher, wenn da wieder 300 Yard-Game dabei ist und du machst 240 oder so irgendwas, hast du schon, aber ich glaube, fünf Spiele, 700, ich glaube, das geht sich nicht aus. Ich glaube auch nicht. Ich glaube vor allem, dass sie dann scholen werden. Und man weiß ja auch bei Barcl, ihm sind diese Records, glaube ich, gar nicht so wichtig. Wobei der Record wäre halt der beste von allen, aber man muss halt auch dazu sagen, es werden halt viel, viel mehr Spiele und so weiter, aber in 50 Jahren interessiert das dann auch keinen mehr, weil dann einfach alle Records dann auf dieser 17-Game-Schedule aufgebaut sind. Das war's mit Trash-Talk von dieser Woche. Wir freuen uns riesig auf ein Fantasy-Football- Regular-Season-Finale. Wenn ihr da noch nicht wisst, wen ihr aufstellen sollt oder nicht, dann kommt auf jeden Fall bei uns vorbei und schaut euch Starts & Sits an. Carsten, du hast ja auch wieder einiges rausgehaut. Gib den Leuten einmal eine kleine Vorschau oder einen kleinen Taste, was sie von, ich glaube, du und Motzkus haben sie wieder was rausgehaut, oder? Ja, wir haben uns mal ein bisschen über College unterhalten, über Pfefferspray, über Schlägereien, über Farben, die in Boden gerammt werden, denn an diesem Wochenende stehen natürlich wirklich geile Football-Spiele im College-Bereich an, die man sich nicht entgehen lassen sollte und dann haben wir mit Mike ja noch die reguläre Folge zum ganz normalen Spieltag, wo wir den ganzen Spieltag auseinandergenommen haben und dann gibt es auch noch die Kolumne. Also es gibt genügend zu lesen, zu hören, zu gucken und für alle Fantasy-Freunde, ich höre da nochmal genau hin, was die beiden da erzählen, denn ich habe einige Spieler, die sind in der Buy-Week und da muss ich nochmal ein bisschen was umbauen, schnell, so heimlich, merkt ja keiner. So ist es, so machen wir das und in diesem Sinne viel Spaß noch, Ciao, Baba, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.